Hallo zusammen, ihr alle kennt unsere Revision. Im Mittelpunkt steht, unser Streben gilt der Verbesserung der Lebensqualität durch hervorragende Lösungen für das Raumklima. Dazu braucht es uns, ein exzellentes Team und hervorragende Lösungen, Produkte und Leistungen. Mit dem Neubau der Akademie mit Verwaltungsgebäude wollen wir genau das für unsere Kunden und uns erlebbar machen. Für den Kunden eine Erlebniswelt, in der unsere Lösungen und Produkte kennenlernen, erleben und ausprobieren kann. Für uns ein gesundes Umfeld, in dem wir kreativ und effizient die Anforderungen unserer Kunden überfüllen. Das Wesentliche an dem Entwurf für die Zehnder Akademie war, ein Gebäude zu entwickeln, was elegant, funktional, sachlich ist und trotzdem etwas besonderes darstellt. Und das ist uns dadurch gelungen, dass wir auf der einen Seite die städtebaulichen Achsen ganz konsequent verfolgt haben, die es schon gibt, die Europastraße und die bestehende Bebauung und durch diese Verdrehung ähnlich einem Gelenk, einen Zogen haben, mit einem Überhang, die etwas technisch ganz besonderes darstellt, gestalterisch etwas ganz eigenes. Deutschland braucht die Akademie. Wir müssen unseren Kunden zeigen, was wir können.